Hallo und Willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder einmal ein Gewinnspiel. Was für ein Wunder. Ich habe es schon angekündigt, ich habe es auch auf dem zweiten Kanal ab von Anfang Clips, wenn ihr den noch nicht abonniert habt, jetzt rüber gehen, ab in die Beschreibung. Habe ich schon angekündigt, es wird ein Gewinnspiel geben. Und diesmal natürlich ein Weihnachtsgewinnspiel. 50 Euro oder Franken Nintendo eShop Guthaben, PSN Guthaben, Xbox Live Guthaben oder Steam Guthaben. So wie gewohnt, also so wie in den letzten Jahren auch. Alles was ihr dafür tun müsst, ist einfach einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Das Video am besten noch liken und den Kanal abonnieren. Gönnt auf jeden Fall ein bisschen rein, weil jeder Like zählt. Der Algorithmus schläft nie halt einmal. Morgen wird auf dem Zeitkanal ab von Anfang Clips auf jeden Fall noch ein Video kommen, wie ich für FIFA Geld ausgebe und wie jedes Mal einfach gar nichts ziehe. Nenn ich Tartic. Nein! Nein, das ist nicht... Falls ihr probiert, eure Gewinnchancen mit mehreren Kommentaren zu erhöhen, wird es nicht funktionieren, denn am Ende wird der Zufallsgenerator sowieso nur einen Kommentar von euch auswählen. Das heisst, es kann nicht irgendwie gecheatet werden oder irgendetwas. Und das wird voraussichtlich am 26.12. passieren. Da werde ich wieder live gehen, sodass niemand sagen kann, dass ich das hier irgendwie fake oder so. Ich werde den Random Comment Picker anmachen und auf jeden Fall jemanden von euch 50 Euro schenken. Schreibt auf jeden Fall in euren Kommentar, welches Guthaben ihr haben wollt. Wie gesagt, nur Nintendo, PSN, Xbox und Steam. Beim letzten Gewinnspiel wollten irgendwelche Leute Amazon und Paysafe. Nein, es gibt nur diese vier zur Auswahl. Und sonst wird der Kommentar gar nicht gezählt. Ihr habt jetzt Zeit, bis am 25.12.23 Uhr 59 Kommentare zu schreiben. Und ich werde euch später dann noch Bescheid geben in der Kommentarfunktion, wann dann der Livestream schlussendlich ist. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag, schöne Weihnachten und viel Glück. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute fick ich dich in den... Cringe! Das war's! Das war's!